So Freunde, Protein Ice, viele haben gefragt, sehr sehr viele haben sogar nachgefragt auf Instagram, Snapchat und jetzt werde ich das Video machen, wie ich das Protein Ice mache, mega gute Werte, schmeckt mega lecker, mega cremig, die Werte werde ich am Ende des Videos sagen, also jetzt viel Spaß damit, Peace out. So Freunde, wir fangen mit Banane an, das ist für mich, das ist meine Mahlzeit, was ihr dafür braucht sind 250 Gramm Mara Quark, natürlich Magerstufe, ich habe hier vom Blackline rote Banane, schmeckt wie dreifache Banane und da habe ich noch meine 450 Gramm Banane abgewogen und die müssen eingefroren sein, Freunde, das heißt wirklich, ihr müsst die einen Tag vorher im Gefrierschrank haben, 450 Gramm. Obst, ihr könnt das auch mit Ananas machen, mit Mango, Banane habe ich jetzt zum Beispiel, Äpfel, Bier, könnt ihr alles mitmachen, aber ich empfehle natürlich Mango, Ananas zu nehmen oder Banane. Wie gesagt, ich nehme Banane jetzt, 450 Gramm Banane, dazu packe ich vom Blackline rote Banane rein, 60 Gramm und nehme nochmal ein bisschen Tasty Masty, auch vom Blackline, habe ich hier das Drilly White Chocolate, tue ich nochmal als Zusatzgeschmack rein und wie gesagt 250 Gramm Mara Quark, Magerstufe. Meine Freunde, uns zeigt euch jetzt, wie man das ganz genau herstellt. Wir benutzen dazu einen Thermomixer, das Ganze könnt ihr natürlich auch in einem ganz fetten, geilen Mixer machen, den ihr eventuell zu Hause habt, aber wir machen jetzt einen Thermomixer und jetzt zeige ich euch, wie es ablaufen wird. Was hast du alles gemacht? Einfach mal bemixen. Oh, das ist schon voll cremig. Du meinst, du hast es klein gehauen? Ja. Nice. Weiter machen. Out. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und das Ganze dann, wenn es fertig ist, eine halbe Stunde noch in den Kühlschrank und dann wird gesnackt. So, und das Ganze, wenn es fertig ist, ein Kühlschrank ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020